Und Verträge, wir wissen ja alle, wie viel die wert sind in der Formel 1. Wenn man denn welche unterschrieben hat, und das ist eine sehr schöne Überleitung zum nächsten Team, wenn man Verträge hat und die unterschreibt, dann können sie viel wert sein. Wenn man sie nicht hat, dann geht es so aus wie bei Alpine in diesem Jahr. Tobi hat eben schon den Piastri-Deal angesprochen als ein Highlight bei McLaren, dass sie ihn sich gesichert haben. Bei Alpine ist es quasi das absolute Debakel und der Tiefpunkt des Jahres gewesen, dass sie ihn verloren haben, so sie ihn denn überhaupt je gehabt hatten, weil man weiß ja nicht, ob er überhaupt mal einen richtigen Vertrag oder einfach nur irgendeinen Wisch unterschrieben hatte. Aber auch reine Fakten erst einmal. Letztes Jahr Platz 5 geholt, dieses Jahr einen Platz nach vorne gerutscht, ein paar Punkte mehr geholt, 174 zu 155. Die Fahrer relativ ausgeglichen, aber mit dem besseren Ende für Ocon. Alonso wird jetzt sagen, aber ich bin so und so oft ausgefallen, ansonsten hätte ich jedes Mal das beste Rennen meiner Karriere gefahren. Stimmst du dem zu, Flo? Also einen Punkt stimme ich jetzt nicht zu und das ist, dass die Fahrer ausgeglichen waren. Ich finde, die waren komplett gegenseitig dieses Jahr. Nach Punkten? Ja, nach Punkten, nach Punkten, da stimme ich zu. Ansonsten finde ich definitiv Alonso besser. Jetzt, ob man seinen mathematischen Fähigkeiten bei dieser Punktekalkulation immer eins zu eins vertrauen könnte, das lasse ich mal dahingestellt. Aber ich glaube, es ist schon Fakt, dass er von Defekten und so weiter viel öfter geplagt war, als dass ein Ocon war und dass er da viel mehr Pech hatte auch. Also da muss ich ihn schon ein bisschen in Schutz nehmen. Er müsste dann in der WM deutlich vor Ocon stehen und vielleicht sogar irgendwo bei einem Norris in der Gegend stehen, finde ich. Aber es war nun mal von Alpin eigentlich so einkalkuliert für dieses Jahr, dass man den Motor voll auf Leistung primt, damit man da keine Nachteile hat und dann erst so langsam über die Jahre diese Defekte abbaut und ein bisschen die Reliability, also die Zuverlässigkeit der PU, dass man die erhöht. Das war von vornherein so geplant, denn man darf ja nicht mehr an der Leistung des Motors Hand anlegen. Die ist eingefroren. Man darf aber durchaus verändern, wie lange dieser Motor durchhält und was der alles aushält. Also ich finde, da muss man Alpin ein bisschen in Schutz nehmen. Und auch andererseits, finde ich, war die Saison eigentlich nicht so schlecht von ihnen. Sie waren die vierte Kraft, nicht mehr, nicht weniger. McLaren konnte eigentlich immer noch mithalten, weil eben Alpin so viel ausgefallen ist. Und sportlich ging da auf jeden Fall was nach vorne, auch wenn man, da sind wir jetzt wieder beim Aston Martin Problem, wenn man immer noch ein bisschen an dem eigenen Anspruch scheitert. Der Anspruch bei Alpin und auch davor bei Renault war ja immer, wir sind Werksteam, wir müssen da ganz vorne um die WM mitfahren. Man war aber nie bereit, das Geld dafür zu investieren. Und genauso ist Aston Martin auch eben noch nicht in einer Ausgangslage, wo man sagen könnte, wir kämpfen jetzt um Siege und so weiter. Und Aston Martin geht es halt schlauer an. Sie sagen, wir sind eben noch nicht an diesem Punkt angekommen. Alpin macht immer ihre 200-Jahr-Pläne und kommt dann darauf, dass man auch in 200 Jahren nichts aufholen wird ohne Budget-Cap. Und wenn da, das habe ich mir ein bisschen vertan, dass man auch in 200 Jahren nichts aufholen wird, solange der Budget-Cap nicht in Kraft war. Erst jetzt wird man das schaffen, weil man eben gleich viel Geld ausgibt. Und wenn die Teamführung passt. Also ich finde, klarer Schritt nach vorne. Man hat gezeigt, dass bei Alpin durchaus mit eben begrenzten Geldmitteln was rauszuholen ist. Jetzt müssen noch die weiteren Schritte folgen. Und ich glaube mal, ein erster guter Schritt dahin, dass die anderen Schritte folgen wäre, dass man mal das Team und die Führungsstruktur so lässt, wie sie im Moment ist. Denn das war in den letzten Jahren, finde ich, immer so ein Problem. Das System hat Neues gekommen. Er musste eingelernt werden und hatte auch ein bisschen seine eigenen Ideen, wie das Team zu führen ist natürlich. Aber bevor diese Ideen irgendwelche Früchte tragen konnten, hatte man schon bei Renault im Konzern irgendwer ein anderes rausgepickt. Wenn jemand der Meinung war, der kann das besser. Und dann wurde wieder ausgetauscht. Jedes Jahr wurde rotiert. Und plötzlich kam man drauf, dass da auch kein Fortschritt zu erzielen ist. Dieses Jahr, glaube ich, so wie es sich ankündigt, bleibt es über den Winter mal konstant. Es werden nicht irgendwie neue Posten verteilt. Es dreht sich nicht dieses Karussell immer weiter. Da bin ich zuversichtlich, dass da auch was rausgeht. Und sportlich, wie gesagt, vierte Kraft. Mehr muss man dazu nicht sagen. Sie waren konstant. Sie waren auf jeder Strecke. Es sei denn, ich habe jetzt irgendwas komplett vergessen. Aber ansonsten waren sie eigentlich auf jeder Strecke punktfähig. Und mehr kann man im Moment von ihnen nicht erwarten. Wobei ich in den nächsten Jahren doch mehr von ihnen erwarten will. Und sie auch selber mehr von sich erwarten. Dann fahrermäßig, finde ich, hat man dieses Jahr eine sehr gute Paarung gehabt. Ocon, da bleibst du ein bisschen immer unter dem Radar, weil er einfach ein solider Fahrer ist, der seine Punkte holt. Aber der jetzt nicht ein WM-Fahrer ist. Alonso hingegen ist omnipräsent. Der ist nicht unter dem Radar irgendwo. Der bedeckt das Radar einfach. Das wird auf jeden Fall schwierig sein, den zu ersetzen. Und da muss ein Gasli schon in ganz große Fußstapfen treten. Wenn wir mal vom Sportlichen abblicken, dann war das gleichzeitig eine katastrophale Saison für die. Denn man hat den besten Fahrer verloren, den sie im Moment hatten. Man hat gleichzeitig auch die beste Zukunftshoffnung verloren, die sie hatten. Da wird ein Jack Doohan, so viel Trauerbach zu prognostizieren, nicht herankommen an das, was ein Piastri in der Lage zu sein scheint zu leisten. Denn ganz so genau muss man das ja noch nicht sagen. Und gleichzeitig hat man auch schon letztes Jahr die Fehlentscheidung getroffen, mit Ocon zu verlängern. Also eigentlich, neben der Strecke haben sie sehr viel Mist gebaut in letzter Zeit. Auf der Strecke scheint es in die richtige Richtung zu gehen. Also das wird richtig schwierig nachher für mich, da eine anständige Note zu kriegen. Da bin ich jetzt froh, dass ich noch länger überlegen kann und mal Tobi das Wort überlasse. Das wird ein spannender Spagat bei der Note zwischen sportlich und dem Chaos drumherum. Und wie sehr man das, weil du eben auch die Führung gelobt hast, denen, die jetzt da sind, anlasten kann. Denn da hatten wir ja dann die Diskussion rund um Ungarn, als das alles auf sie hereingeprasselt ist und Ottmar Schaffnauer dann da gesessen hat und alles erstmal auf sich genommen hat, aber gleichzeitig auch vorgeschoben hat. Ja, aber das sind Entscheidungen, die getroffen wurden. Da war ich noch gar nicht da. Ja, also das muss ich jetzt natürlich dazu sagen. Wenn ich die Führung kritisiere wegen dem Piastri-Deal, dann ist da ein Schaffnauer meiner Meinung nach ausgenommen. Denn der war da noch gar nicht da, wo die da herumgemurkst haben. Also ich glaube, da haben andere im Hintergrund ein bisschen mehr Mist gebaut. Und vielleicht, man weiß es auch nie genau, vielleicht in den einzelnen Abteilungen. Da wollte er erst vor wenigen Tagen die Rechts-, die Zuständige in der Rechtsabteilung entlassen. Ob es damit zusammenhängt, wissen wir nicht. Und gleichzeitig natürlich auch muss ich da die Konzernführung mal an die eigene Nase fassen und fragen, was ist da falsch gelaufen? Aber den Schaffnauer nehme ich da mal aus. Dem werfe ich da nichts vor. Ja, wobei ich auch sagen muss, sollte es damit zusammengehängt haben, muss ich auch sagen, ist das die falsche Entscheidung, weil das macht es auch nicht besser. Irgendjemand anderes hat diese Entscheidung getroffen. Nicht die Rechtsabteilung. Wenn die Rechtsabteilung die Entscheidungen trifft, welche Fahrer sie verpflichten, dann ist da auch grundsätzlich was falsch. Aber jetzt haben wir Tobi lange genug aufgehalten. Ja, was soll ich eigentlich zu Alpin noch sagen? Das ist das Ziel in der zwei Gesichter, oder? Also bei den Fahrern schon. Einerseits bringen beide Fahrer gute Leistungen. Andererseits haut der eine ab und der Dritte will gar nicht für sie fahren. Dann holt man sich halt als Ersatz noch irgendwie den Gassi rein, der halt dieses Jahr auch nicht überzeugt hat. Da waren wir ja vorhin schon. Dann beim Auto einerseits ist es deutlich schneller, Schritt nach vorne. Andererseits viel zu unzuverlässig. Auch da wieder Probleme. Also irgendwie, Frau hat schon recht, mit der Note wird es schwierig, weil es ist halt nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich glaube, man muss schon als entscheidenden Punkt schon die verbesserte Pace herausstellen, weil das einfach die Hoffnung für die Zukunft macht. Ich denke, ich hätte lieber ein schnelles Auto, was Probleme hat oder woanders, wo weit die Probleme sind, als eben andersrum zu sagen, wir haben eigentlich alles bereit, aber wir finden einfach die Pace nicht. Da ist das einfach doch immer noch das Wichtigste in einem Team. Von daher muss es schon eher in Richtung einer ordentlichen bis guten Bewertung gehen. Aber da ist halt einfach immer noch so viel im Argen, dass sie eben nicht bereit sind für diesen Angriff auf die Spitze. Und da muss jetzt Alpine im nächsten Jahr endlich mal beweisen, dass sie auch mal zwei Jahre hintereinander diesen Schritt nach vorne machen können. Weil sonst ging das eigentlich immer auf und ab. Weil eigentlich waren sie 2020 da schon, wo sie dieses Jahr waren, oder eigentlich sogar noch weiter, weil Ricardo hat ja sogar Podestplätze geholt in dem Jahr, was dieses Jahr nicht gelungen ist. Und dann kam wieder der Schritt zurück. Und also es ist, irgendwann möchte ich einfach mal sehen, dass die wirklich diese Konstanz auch wirklich hinbekommen. Und Flo hat schon richtig gesagt, es schaut jetzt erstmal danach aus, als würde da im Personal das jetzt so bleiben. Aber es ist Alpine. Wir wissen nicht, was nächstes Jahr im Mai ist. Ja, also ich will das jetzt erstmal abwarten, wie das da weitergeht. Mal schauen, wann der nächste Fünfjahresplan kommt. Ich weiß es nicht. Dieses Jahr ist es sicherlich insgesamt doch eher positiv. Aber dieses Team dümpelt schon viel zu lange um Platz vier und fünf herum, als dass ich jetzt da in die große Euphorie verfallen will. Ich schwanke, was die Noten angeht, stark zwischen zwei und drei. Ob ich jetzt eher dem Chaos, dann geht es in die schlechtere Richtung, oder eher der sportlichen Verbesserung den Zuschlag gebe. Und da ich dem Team vorher, wie wir alle aus den Streams letztes Jahr wissen und auch Vorsaisonbeginn nicht wirklich viel zugetraut habe, würde ich mich jetzt dazu hinreißen lassen, zwei Minus zu sagen, weil sie sind besser, als ich es ihnen zugetraut habe und erwartet habe. Also wenn du schon anfängst, jetzt mit Minus und Plus weiterzumachen, dann schließe ich mich da an und sage, drei Plus. Also für eine Zwei voll und drei reicht es da nicht, aber drei Plus, finde ich, ist eine solide Bewertung für sie. Wenn ich mir klar eine Vier gegeben habe, dann muss ich Alpine natürlich besser bewerten. Gleichzeitig, so viele mehr Punkte haben sie nicht geholt, Zuverlässigkeit nicht so tut. Es muss bei der Drei bleiben. Zwei ist mir zu hoch gegriffen. Bislang im Chat sieht es auch danach aus. Viele drei, drei Plus, drei Minus, drei Plus. Fünf von Straßenbahn, wer sich nicht davon beirren lässt. Also imsofern. Die Posse mit Piastri veranlasst ihn zur Fünf. Die Führung gehört zum Team. Wann wollte Renault nochmal Weltmeister werden? Seine Frage. In fünf Jahren, immer in fünf Jahren. Das ist eigentlich immer konstant. Das ist die Konstanz, die du auch bei der Leistung haben wirst auf der Strecke. Das ist die Konstanz. In fünf Jahren wird es klappen. Oder mittlerweile in 100 Rennen. Ja, wobei ich jetzt nicht nachgerechnet habe, wie viele sind noch über 80 von diesen 100? Weil wir hatten doch letztes Jahr gegen Ende irgendwann mal diesen 100 Rennenplan. Also müssten jetzt 75 oder so noch übrig sein. Aber wenn wir Rennen haben, wird es immer kürzer. Das stimmt. Ich glaube 75 oder so. Was müssten es noch sein? Dann ist Alpine Weltmeister hochgarantiert. Wissen wir alle. Das ist dann, wenn Alonso zurückgekommen ist. Ganz genau. Das ist, was Alonso macht. Irgendwann kommt er immer nach Endstone zurück.